Die Zukunft der Arbeit startet mit dir. Ganz egal, ob du CEO, angestellt, selbstständig, auf Jobsuche oder im Studium bist. In der Arbeitswelt von heute stehen wir alle vor denselben Herausforderungen. Wir sind umgeben von Ideen und Konzepten zu Future Skills, Digitalisierung, Mentoring, verantwortungsvollem Recruiting und künstlicher Intelligenz. Also gehen wir sie gemeinsam an. Wie beeinflusst mentale Gesundheit den Job? Wie müssen sich Unternehmen verändern, um ihre Mitarbeitenden für sich zu begeistern und zu unterstützen? Und wie baue ich mir mein eigenes berufliches Netzwerk auf? Darüber wollen wir heute sprechen, um miteinander und voneinander zu lernen. Education. Transformation. Action. Ja, ich werde jetzt hoffentlich zeigen, dass agiles Arbeiten nicht nur was für Startups ist, obwohl ich sagen würde, wir waren auch, als wir gestartet sind, natürlich so eine Art Startup, sondern auch, dass man in einem sehr traditionell gewachsenen hierarchischen System auch sehr gut agil arbeiten kann und wo wir vielleicht damit auch an Grenzen stoßen. Ja, ich versuche jetzt schnell durchzuziehen, damit wir danach auch noch Zeit für Fragen haben, aber ansonsten bin ich danach auch noch ein bisschen da und dann können wir uns gerne noch mal ein bisschen darüber unterhalten, falls nur Fragen offen bleiben. Ja, ich beschäftige mich heute mit der Frage, kann das klappen, irgendwie holokratisch, agil arbeiten in der Hierarchie und wenn das klappt, was muss man vielleicht beachten und wie setzen wir das um? Vielleicht kurz zum Einstieg. Ich habe jetzt leider keine Mentimeter Abfrage oder so vorbereitet, aber vielleicht machen wir es ganz klassisch irgendwie mit melden. Wer kennt Funk? Ja, dann hätte ich mir die ersten Slides, hätte ich mir schon sparen können eigentlich. Aber trotzdem vielleicht für alle, die uns nicht kennen. Wir sind das Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Wir machen Inhalte für 14- bis 29-Jährige, die wir eben mit öffentlich-rechtlichen Angeboten erreichen wollen. Wichtig ist, wir machen kein Fernsehen und kein Radio, sondern unsere Strategie ist es eben da, mit unseren Inhalten präsent zu sein, wo auch unsere Zielgruppe unterwegs ist und das sind eben vor allem soziale Medien. Also wir sind auf allen relevanten Drittplattformen vertreten, aber auch in den Mediatheken zum Beispiel. Also auch da findet man unsere Inhalte. Ja, die Struktur, es sieht sehr kompliziert aus und es ist tatsächlich auch ein bisschen kompliziert. Wir sind ein Gemeinschaftsangebot, das heißt bei uns ist es so, dass eben unsere Finanzierung sich quasi durch von allen Landesrundfunkanstalten zusammensetzt. Die Federführung liegt beim SWR und eben auch beim ZDF, die so den größten Anteil an der Finanzierung haben. Und diese Struktur ist auch so ein bisschen die Grundlage, dieses sehr komplizierte Konstrukt, in dem wir beauftragt sind, was so eine Herausforderung ist, eben auch agil zu arbeiten, weil wir einfach unheimlich viele auch Anstalten haben, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich habe am Anfang schon gesagt, wir sind ein Content-Netzwerk. Das heißt, wir haben nicht ein großes Angebot. Ich glaube, das lässt sich mit der Zielgruppe auch relativ leicht erklären. Eine 14-jährige Schülerin hat natürlich ganz andere Interessen, nach denen sie sucht, als ein 28-Jähriger, der vielleicht schon selbst eine Familie gegründet hat und im Berufsleben steht. Dementsprechend setze ich unser Portfolio aus ungefähr 60 Formaten zusammen, die eben alle ganz unterschiedliche Erzählweisen, Themenbereiche, Plattformen natürlich abdecken. Es ist jetzt nur so ein ganz kleiner Blick ins Portfolio, aber es ist eben super vielfältig von irgendwie Wirtschaft über fiktionale Serien, gesellschaftspolitische Themen, Unterhaltung natürlich. Politik ist wirklich alles dabei. Was wir gemerkt haben, ist, wir befinden uns in diesem Spannungsfeld. Natürlich nicht nur wir, sondern auch ganz viele andere Unternehmen. Es ändert sich permanent alles Mögliche auf den Plattformen. Es ist super volatil. Man kann Entwicklungen, wie ändern sich Algorithmen, wie shiftet sich die Mediennutzung und die Interessen und so weiter, kann man natürlich versuchen, ein bisschen zu antizipieren. Aber es ist auch ein sehr hoher Grad an Unvorhersehbarkeit. Und wir haben natürlich auch bei uns ganz viele etablierte Prozesse irgendwie, wie wir Erfolge messen, wie wir Formate reviewen und ganz viele andere Prozesse. Wir haben natürlich auch Ziele, die wir uns langfristig als Organisation setzen. Aber wir haben eben gemerkt, wir brauchen auch als Organisation Funk eine Struktur, in der es möglich ist, schnell Entscheidungen zu treffen, in der man nicht lange irgendwie Hierarchien durchlaufen muss, bevor man ein neues Format beispielsweise entwickeln kann oder irgendwas einfach mal ausprobieren kann. Und als wir gestartet sind vor acht Jahren, waren wir tatsächlich auch als ganz klassische Hierarchie organisiert, haben das dann aber nach etwa zwei Jahren, zwei, drei Jahren umgestellt zur Holokratie oder zumindest an Holokratie angelehnt. Ja, Holokratie muss man aber dazu sagen, ist jetzt nichts, was wir bei Funk irgendwie erfunden haben, sondern das ist eigentlich ein Management-System, was so aus der Softwareentwicklung kommt. Genau. Damals wurden sich verschiedene Management-Systeme angeschaut. Viele davon hier in dieser Collage kennt man wahrscheinlich auch irgendwie Scrum, Kanban und so weiter. Es wurde sich dann für Holokratie entschieden. Wir haben das auch zusammen mit professioneller Unterstützung implementiert, weil das natürlich ein wahnsinnig aufwendiger Prozess ist. Genau. Und haben eben unsere Struktur an Holokratie angelehnt. Es ist nicht möglich für uns, Holokratie wirklich in ihrer Reihenform umzusetzen. Und warum das ist, dazu komme ich gleich nochmal. Vielleicht ganz kurz nochmal mit klassischem Handzeichen. Wer kennt Holokratie? Auch schon recht viele. Okay, dann bin ich umso gespannter, was für Fragen vielleicht noch kommen. Aber für alle, die es nicht kennen, nochmal so ein paar Basics. In der Holokratie ist es so, dass wir ganz stark versuchen, eben Menschen von Funktionen zu trennen. Das heißt, bestimmte Entscheidungsbefugnisse oder Verantwortungsbereiche, die liegen eben nicht bei einer bestimmten Person in der Organisation, sondern bei einer Rolle. Und das heißt, wenn sich die Besetzung der Rolle ändert, dann wandert eben auch die Entscheidungsbefugnis oder die Verantwortung mit einer Änderung der Rolle beispielsweise. Aufgaben werden diesen Rollen zugewiesen. Das heißt, alle Aufgaben, die es bei uns in der Organisation Funk gibt, von irgendwie Studien konzipieren bis zu Bürobedarf einkaufen. Also wirklich auch total kleinteilige Dinge, die einfach erledigt werden müssen und nicht vergessen werden sollen, werden diesen Rollen zugewiesen. Und damit wollen wir eben auch vermeiden, dass Doppelstrukturen entstehen. Genau. Und das natürlich auch nichts vergessen wird. Die Rollen werden auch angepasst, sobald sich das Umfeld verändert. Wir hatten zum Beispiel ganz lange eine Rolle, die sich mit Facebook beschäftigt hat und immer irgendwie auf dem Laufenden geblieben ist, was es für Neuerungen bei Facebook gibt. Jetzt ist es so, in unserer Zielgruppe spielt Facebook mittlerweile nicht mehr so eine wichtige Rolle, außer vielleicht um Geburtstage nachzugucken oder so. Und dementsprechend haben wir diese Rolle auch irgendwann abgeschafft und schauen dann, wo macht es vielleicht mehr Sinn, Ressourcen hinzustecken. Das heißt, wir versuchen eigentlich oder wir wollen vermeiden, dass wir nicht alle paar Jahre einen großen Change-Prozess machen müssen, weil wir merken, unsere Struktur entspricht gar nicht mehr der Art, wie wir arbeiten, sondern wir passen diese Rollen eben permanent an und es schafft auch wahnsinnig viel Klarheit bei den Rollen. Da komme ich gleich nochmal ein bisschen konkreter drauf zu sprechen, weil ich auch ein paar Beispiele dazu mitgebracht habe. Ja, hier nochmal so der klassische oder der Unterschied zwischen der klassischen Hierarchie und der Holokratie. Also wir sind in sogenannten Kreisen organisiert. Alle Kreise haben ein gemeinsames Ziel, worauf sie hinarbeiten. Wir haben beispielsweise einen Kommunikationskreis, dessen Ziel es ist, unsere Formate oder auch Funk als Marke irgendwie bekannter zu machen. Wir haben einen Formatentwicklungskreis, wo eben immer wieder neue Formate für die Zielgruppe entwickelt werden und so weiter. Alle Kreise arbeiten eigenverantwortlich, können sich selbst Regeln geben. Das heißt, auch die Meetings zum Beispiel oder die Kommunikationswege in den Kreisen sind teilweise ganz unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel einen Kreis, die beschäftigen sich ganz viel mit der Analyse von Daten, der Drittplattformen mit Softwareentwicklung und so weiter. Die arbeiten sehr stark in so einer Scrum-Logik und in Sprints, haben jeden Tag ein kurzes Daily Meeting. Das würde jetzt vielleicht in einem anderen Kreis, in dem Vertragsverhandlungen stattfinden oder Produktionsverträge geschlossen werden und so weiter, würde so ein Daily Meeting einfach gar nicht so viel Sinn machen, weil da die Arbeitsweise ganz anders ist. Und so ist es eben das einfach super praktisch, dass die Kreise ganz unterschiedlich einfach auch arbeiten können. Es gibt natürlich auch Überschneidungen, weil wir uns auch von dieser Team-Logik gelöst haben. Das heißt, man ist eben nicht mehr nur in seinem eigenen Team sozusagen, sondern man hat ganz viele verschiedene Rollen in verschiedenen Kreisen. Das sind nochmal so ein paar Grundsätze. Wir versuchen uns eigentlich immer von der Frage leiten zu lassen, schadet es dem Unternehmen es auszuprobieren, sowohl jetzt bei inhaltlichen Fragen als auch bei strukturellen Fragen. Beispielsweise sowas wie, sollen wir die Facebook-Expertisen-Rolle abschaffen oder sollen wir ein neues Format starten? Also bei ganz vielen Fragen, denn oft ist es eben so, dass der Widerstand, Dinge einfach mal auszuprobieren, auch daher kommt, dass man vielleicht Angst hat, dass es nicht funktioniert, dass man Arbeit umsonst investiert. Und wir fragen uns eigentlich immer, würde es Funk morgen noch geben, würden wir noch Inhalte veröffentlichen, wenn wir jetzt diese Entscheidung treffen? Und in den allermeisten Fällen ist das so. Deswegen versuchen wir dann auch einfach sehr viel auszuprobieren. Ja, unser Antrieb ist, jeder kann Spannungen einbringen. Das bedeutet, es ist egal, wie lange man in der Organisation ist. Es ist auch egal, ob man Praktikum macht, Werkstudie ist oder eine Teamleitungsfunktion hat. Das spielt eigentlich keine Rolle. In den Meetings können alle eben ihre Punkte in den entsprechenden Rollen einbringen. Wir arbeiten super eigenverantwortlich. Das geht aber auch mit einer bestimmten Erwartungshaltung einher, muss man auch sagen. Also es gibt in der Hologratie keinen Supermanager, dem ich meine Probleme mitbringe und von dem ich dann erwarte, okay, sag mir jetzt, wie ich das lösen kann. Das heißt, ich muss, wenn ich an irgendeiner Stelle in meiner Arbeit auf ein Problem Stoße, wo ich alleine nicht weiterkomme, eben auch formulieren können, was hilft mir jetzt dabei, was brauche ich, um hier weiterzumachen. Genau, hängt super stark mit dem nächsten Punkt zusammen. Jeder ist eben in seiner Rolle verantwortlich und bringt auch Lösungen ein. Und es geht dabei nicht darum, dass man irgendwie möglichst lange diskutiert, um eine perfekte Lösung zu finden, sondern einfach mal den nächsten Schritt geht. Und irgendwie auch, ich finde, es ist auch ein sehr pragmatischer Ansatz, einfach schnell handlungsfähig zu sein. Ja, das ist so unsere Kreisstruktur, wie wir aufgestellt sind. Genau, wie gesagt, wir haben einen Kommunikationskreis, Talentnetzwerk, aber auch Recht, Finanzen, Produktion, Formatentwicklung und so weiter, auch Wissensmanagement. Alle Kreise, in denen ich Mitglied bin, sind hier gelb gefärbt, was auch schon zeigt, wie viele Überschneidungen auch ich in meinen Rollen einfach zu ganz vielen verschiedenen Kreisen habe. Ich habe zum Beispiel eine Rolle auch im Formatentwicklungskreis, obwohl ich selbst natürlich gar keine Formate entwickle, aber trotzdem eben eine Rolle, die sich sehr stark mit so Forschung, Zielgruppenwissen und so auseinandersetzt in diesen Kreis beispielsweise ausfülle. Das ist so der Unterschied zwischen einer klassischen Jobposition und Rollen. Meine Position, die ich ausfülle, ist eigentlich Referentin. Die wird ausgeschrieben, auch in so einem Stellenprofil sind natürlich bestimmte Verantwortlichkeiten, Aufgabenbereiche und so festgehalten, aber es ist schon eher ein bisschen breiter angelegt. Jede Person hat normalerweise ja so eine Jobposition, die sie ausfüllt. Rollen sind ein bisschen anders. Das sind jetzt so ein paar meiner Rollen. Ich habe eigentlich noch sehr viel mehr. Holokratieambassadorin, in der Rolle bin ich heute auch hier. Ich kümmere mich aber auch um die Konzeption von Studien beispielsweise, also sowas wie Bedürfnisanalyse der Zielgruppe, auch sehr viel Medienpolitik, Austausch mit Unis, mit anderen Stakeholdern ist eine Aufgabe von mir, also Stakeholder-Management. Und ich kümmere mich auch darum, das Wissen, was wir über Funk generieren, auch irgendwie weiterzugeben in die Anstalten, also auch Wissensmanagement. Und das sind jetzt wirklich nur ein paar beispielhafte Rollen. Alle Rollen haben einen Zweck, also bei jeder Rolle kann man auch nachschauen, wofür gibt es die Rolle, wieso steht die morgens auf und kommt hier zu Funk und wofür brauchen wir die und eben bestimmte Verantwortungsbereiche. Genau, und das ist einfach sehr viel eindeutiger natürlich als Stellen. Na ganz kurz zur Meetingstruktur, auch das ist was, was wir für uns umgesetzt haben. Wir unterscheiden eben zwischen dem Arbeiten in der Struktur, das sind die sogenannten Tacticals, meistens einmal in der Woche, wo man wirklich das operative Tagesgeschäft bespricht. Sowas wie, ich brauche Feedback von jemandem oder es steht irgendein Event an, ich brauche dafür ein Briefing, was dann als Aufgabe vergeben wird. Also wirklich so richtig operative Abstimmungen. Und wir machen auch noch Governance-Meetings, das ist das Arbeiten an der Struktur, wo wir uns regelmäßig eben die Kreise anschauen, die Rollen anschauen, gucken, passt das eigentlich noch, ist das noch die Art, wie ich arbeite, haben sich hier Verantwortungsbereiche verschoben, brauchen wir vielleicht eine ganz neue Rolle. Genau, und wichtig ist, dass wir uns, wie gesagt, immer fragen, würde das jetzt Schaden verursachen, wenn wir diesen Vorschlag annehmen, wenn wir beispielsweise eine neue Rolle hinzufügen, würde das uns als Organisation schaden. Und in den meisten Fällen ist es, wie gesagt, nicht so. Ja, wichtig bei den Meetings ist, dass es immer eine Person gibt, die Facilitator-Rolle, die das Ganze moderiert. Das ist in der Regel auch nicht der Lead-Link, also nicht die Leitung des Kreises. Genau, das heißt, es wird immer drauf geachtet, wird die Zeit angehalten, sind irgendwie alle Checklisten beispielsweise abgehandelt worden, haben wir einen Punkt vergessen und so weiter. Dafür gibt es eben einen Moderator und es gibt eine Person, die das Ganze eben noch mit dokumentiert. Unser Credo dabei ist, dass wir Dinge nicht in den großen Runden ausdiskutieren. Ich glaube, wir kennen alle Meetings, in denen ganz viel gesagt wird. Hauptsache irgendwie jeder hat mal auch dazu geteilt, was man so denkt. Wo am Ende aber nicht klar ist, wer nimmt jetzt was mit, wer kümmert sich weiter darum, in wessen Verantwortungsbereich liegt es eigentlich. Und das versuchen wir eben zu vermeiden, indem man ganz klar formulierte Aufgaben an die entsprechenden Rollen gibt, weil bei denen liegt ja die Fachexpertise für ein bestimmtes Thema. Ja, und durch diese Moderation, durch Check-ins und so weiter sorgt man eben auch dafür, durch dieses recht starre, diesen starren Ablauf, dass auch Leute, die tendenziell sehr viel reden, auch ein bisschen gebremst werden, weil sie wirklich nur dann eigentlich reden sollen, wenn es sie thematisch auch wirklich betrifft und auch die, die eher ein bisschen leiser sind, auch lauter werden. Genau, noch ganz kurz natürlich, wie haben wir es für uns übersetzt? Wir haben ein paar Dinge, die wir bei uns implementiert haben, beispielsweise die Sitzungsformen, Moderation der Sitzungen. Es gibt für jede Sitzung irgendwie natürlich ein Ziel, bestimmte Punkte, die besprochen werden, eine Agenda, die dokumentiert wird. Und ganz wichtig, auch Entscheidungen werden nicht per se von einer bestimmten Führungskraft getroffen, sondern bei der Rolle oder von der Rolle, bei der die entsprechende Fachkompetenz liegt. Weil es bei uns auch so ist, dass eine Geschäftsführung beispielsweise nicht unbedingt die Person ist, die sich am besten mit TikTok auskennt und deswegen dann die Entscheidung beispielsweise, welche Formate gestartet werden sollten oder was man da ausprobieren soll, auch dann bei Rollen liegt, die sich eben besser mit einer Plattform und der Zielgruppe auskennen. Es gibt auch Punkte, wo wir abweichen von der klassischen Holokratie. Wir können zum Beispiel sowas wie Budget- und Personalverantwortung nicht einfach auf eine Rolle übertragen, sondern das muss dann tatsächlich bei Leuten liegen, die auch wirklich disziplinarisch eine Teamleitungsrolle haben. Auch die Leitungen der Kreise sind oft mit Teamleitungen besetzt, allerdings nicht überall. Also da lösen wir uns auch teilweise von. Genau, Transparenz ist ein wichtiger Punkt, wo wir versuchen, möglichst transparent zu sein, aber das nicht immer an jeder Stelle bei Gehaltsverhandlungen zum Beispiel durchsetzen können. Und die Kreisstruktur ersetzt auch nicht immer die Teamstruktur. Das heißt, auch wir können uns nicht von den Teams, in denen wir als Abteilung sozusagen organisiert sind, lösen. Und noch zum Schluss, was kann man mitnehmen? Ich glaube, auch für uns ist es ja so, wir setzen Holokratie, wie gesagt, nicht 100 Prozent in ihrer Reihenform um. Trotzdem bringt es wahnsinnig viel auch einzelne Punkte, wie zum Beispiel eine Klarheit über eine Aufgabenverteilung, dass man sich nicht einfach die Aufgaben raussucht, die einem am meisten Spaß machen oder am meisten interessieren, sondern dass einfach jeder sehen kann, was kann ich von einer bestimmten Rolle erwarten, dass das einfach wahnsinnig viel Klarheit bringt. Und auch dieses sehr hohe Maß an Eigenverantwortung. Das braucht auch einen sicheren Rahmen, weil man natürlich auch als Organisation dafür sorgen muss, wenn Leute sehr viel Eigenverantwortung haben, Dinge zu entscheiden und umzusetzen, muss man auch dafür sorgen, dass man keine Angst hat, wenn man mal eine falsche Entscheidung trifft. Dann Holokratie ist Gewöhnungssache. Das merken wir auch, wenn Leute zu uns kommen, die vorher in einer Hierarchie gearbeitet haben. Dass auch diese Eigenverantwortung und Dinge selbst zu entscheiden, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen und erstmal lernen. Wenn man es implementiert, muss man wirklich viel Disziplin haben und sich auch beispielsweise an Meeting-Formen erstmal gewöhnen. Ja, man kann nicht einfach nur kritisch reingehen, sondern wir wollen ja konstruktiv zusammenarbeiten. Und wie gesagt, agiles Arbeiten wird auch nicht alle Probleme in der Organisation lösen. Abteilungsgrenzen, auch so ein Punkt. Wir müssen es auch oft erklären, wie Entscheidungen getroffen werden, wer verantwortlich ist und so weiter. Und wir brauchen auch andere Runden. Also in Tacticals kann nicht alles besprochen werden, weil wir natürlich auch kreativ arbeiten wollen und das in so einem ganz starren Meeting-Konstrukt natürlich nur schwierig möglich ist. Genau, und jetzt bin ich ein bisschen über der Zeit, aber ich hoffe, wir haben noch Zeit für Fragen. Oder ich hoffe, es gibt überhaupt Fragen. Und ansonsten bin ich danach auch noch da. Ja, erstmal einen ganz herzlichen Applaus für Linda, würde ich sagen. Danke.